Ehm, das Mausrad eventuell aktivieren. Boah bist du ein Spackelter, fast klar ernsthaft, das war's Neues am Fall. Ja, wär nicht mehr. Ja. Du ne kleine Pussi. Ja, la. Also dein Bunker hält schon mal Creeper leicht aus. Max. Ich meine jetzt Pascal seiner. Ja. Oder was meinst du? Ja doch auch. Machst du das andere auch oder was? Ja. Und was sagst du dazu? Ja gerne. Warum nicht? Machst du wirklich? Mal sehen. Wenn die haltet, das wäre so geil. Das war mal ein Kis. Steinzäune, das heißt immer Mauern. Kies. Und Erde. Hast du keine Erde? Gott. Vielleicht auch. Hast du ihn Penner genannt? Nein. Nein. Hoppa. Ich hab Penner fast. Ich. Hast du keine Erde? Penner. Haha. Ich hab auch Penner gefragt. Was denn? Äh. Sascha hat ja gar keine Druckplatten. Weil der kann ja die Tür gar nicht auflassen. Wieso habe ich gerade braune Wallen? Ja. Und hast du schon eins? Sascha? Ich hab ja noch nicht. Warte gleich. Auf. Ich hab ja gerade... Weil ich muss mal alles verhaben. Für mein Haus. Pascal, hast du eigentlich schon irgendwo gebaut, außer dem Bunker, der kein Bunker ist? Na, Flughafen. Ah, Pascal, pass halt zur Info, wir haben kein Flugzeug, mach's drauf, ja. Ja, ich weiß. Mach den noch raus, ich dachte, der ist noch richtig gelb. Gale? Gelb. Gelb. Ah, fest drauf, den Ball ist weg. Nein. Niemals. Sascha, ich glaube, du hast es nicht drauf. Vermutlich hier unten. Spielst du eigentlich Hunger Games? Hallo. Hm? Sascha? Nein, hab ich gesagt. Hast du gar nicht gesagt. So. Nein. Ich hab's nicht gehört. Ja, ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ja, auch nicht. Nein, 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 das ist langweilig. Weil das ist auch fast deiner. Ha, ha, ha. Wollst du dich auf dieses Wohn herabgeben? Oder heraufgeben? Oder heraufgeben? Das ist herab Ой. Aber er gibt sich ja herab. Er lässt sich nicht herab. Er hat kein Seil. Deine Mom Okay, dann mach mal Max, mein Nachbar lacht gerade so wie der alte Opa Ja, so ungefähr Ich bin so gut draufdrehen da Das heißt, können wir heute eine halbe Länge aufnehmen? Nee, heute nicht Einmal auf jeden Fall, heute nicht, okay Du wolltest sowieso erst noch nicht schlafen 15 Minuten wenigstens, vielleicht will ich noch was bauen Ja, okay, 15 Okay, dankeschön Ihr wollt habt ja nächste Gang, oder? Nein, Spaß, macht ruhig Wies, du war mir so klar, mach ruhig Ich bin auch noch am Arbeiten Achso, geblästet Hieschen, ja... Spieße, mein Hieschen Ach kotze Ach so Alles okay So, jetzt muss ich weiterbauen Mit meinen Tralalua Bimbo mit der Kippe Was heißt das eigentlich? Keine Ahnung Ab und wo ist, wenn man zwei wacht Was geil, hast du ein paar mehr Fackel angebaut, oder was ist da los? Was hab ich? Ein paar Fackel bei dir dazu, oder was ist da los? Oh, Beleuchtung Krass Ist ja klar, Beleuchtung ist immer gut Ja Ich will dir halt keine Ahnung warum ich schlafe Ich will dir halt keine Ahnung warum ich schlafe Ich will dir halt keine Ahnung warum ich schlafe Für unnötige Arge Hast du da ein paar mehr Fackel eingebracht Apropo, apropo Bevor ich weiterbekomme, ich kurz dich an Bring ihm den Kürbis, okay? Okay Beendet Ey Pascal Sascha, wenn du willst, dass Max Dschungel jetzt noch abbrennt Mach weiter Das ist mein Dschungel, es ist ein Dschungel Das gleiche hab ich auch grad gedacht Das ist schlechtes Über die Dschungel hat das Ne, du kommst nicht zum Dschungel, das schwöch ich dir Mein Dschungel? Wenn mein Dschungel reint? Wenn mein Dschungel reint? Bis zu den Kleinen wieder rein Ihr bitteschön Wenn mein Dschungel brennt Oh der brennt! Oh ja, wow Ich hab alles auf Video Ah! Du hast auch auf Video Wie das man sich sehr normal verhalten hat Wie du seinen Wald abgebrannt hast Aber du fast rumgeheult hast Und du hast auch auf Video Wie du grad so angerannt gekommen bist Und mich mit deinem versauerten Jammanschwert geschlagen hat Ach, dann wäre das nicht schlimm Ob das Max Dschungel so ein bisschen gebrannt hat Mein Dschungel hat gebrannt? Boah! Fast durchs Max Haus an Also... Vielen Fall! Okay Okay Wer jetzt eignimmt? Ja, Max guck mal wie viel von dem weg ist Ja, das ist echt schwer, muss ich sagen Also... Das kleine Stück weit was kann Weil ich verarsch... Was ist U-Check? J-U-Check.exe J-U-Check.exe Von Oracle America Nochmal in... Also da von da von da von Java kommst Ja, das ist Java Ist das Java? Ja? Java Update Check J-U-U Java Update Check Achso, das wollen Java in mir installieren Nein Doch Oder willst du, dass es immer... Na, nur... Na okay, wie du meinst Wenn du das automatisch drauf haben willst Nur das ist dann eine weitere Seite Die beim Autostab immer geöffnet wird Und deswegen unterlass ich sowas Das hab ich gar nicht eingestellt Aber die haben das bei mir... Ähm... Bei mir gerade dieses Fenster Und dann... Mit Mod Loader macht ihr das? Soll ich jetzt updaten oder nicht? Was soll ich jetzt? Hallo? Wenn du meine Kraft schließen willst Dann Nein Hallo Ihr macht eure... Eure Mods mit Mod Loader Mit Mod Loader, ja Ja Okay, ähm... Mach doch nach der Aufnahme einfach Ja, weil jetzt ein bisschen auch nach der Aufnahme Ja Wir haben schon wieder ein neues Update Und jetzt, ähm... Wer hat ähm... Alter, wie oft Updating geht denn? Und wer hat jetzt in den Jungle eingebäumt von mir? Na, wer wohl Ja Ich Guck mal, wieviel davon weg ist Ja Was ist denn da von drin? Ein kleiner Zipfel Ja Warum hast du denn so rumgehalten, Pascal? Ja Das war ein Spaß Ich wollte euch aufhetzen Ja, okay, dafür brennt eins gleich Der Dschungel? Nein, dein Haus Ich hab dich gefragt Haha, nicht Pascal Haha Pascal, du kannst mich uns wahrscheinlich aus und wir haben einen Friedensverfall Ehrlich? Ach ja, stimmt Ja Wir wollen eher dir das Leben Rönde machen Ja Äh, ich meine... Nein, zwei Minuten Bist du nach Jahren? Aber der Haus ist auf jeden Fall Ähm, ich... Bist du jetzt an meinem Haus? Ja Ja, super, ich bin grad gerannt Ja Vom Leckeren Hast du an? Holzhütte, mach der mal wieder hin Was ist das hier? Einzelne Holzhütte in dem Bett Fick dich, Jan Das ist meine Holzhütte Da ist eine Ruhe drin Das ist meine neue Mine Ah, ja, genau Ich hab dir reingibt, Jan In der ersten Kiste nehmen zwei Truhen da Also, ähm Wenn du reinkommst, rechts Ja, bitte Warte mal, Jan Ähm, wo bist du? Weil ich koordiniert mich mal auch hier heute noch zu sehen Und dann... Okay Okay Guck mal aufs Postal Ja Die könntest du auch anbrennen, Sascha Hahaha Hahaha Ich bin ja Und übrigens, was fällt Ich findest den... Von dem vorderen, linken Haus Diesen... Äh, das Dach zu tief gebaut eigentlich Ja, das hab ich auch gemerkt Ja, hab ich auch gemerkt Ja Pfff Macht's doch eigentlich gerade ganz krass Hm? Ein Racheplan wie Sascha Was machst du eigentlich klar? Hat er schon geantwortet? Ne Er macht ihr... Mein Gott, was war das doch gerade hinter der drin? Ja Ja War... Wart ihr das? Oder in der Foto? Ja, Sascha war das Achso, ich dachte nicht... Irgendein anderer Hör Ja 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 Jó